15 Jahre Academy bedeuten für uns, dass wir das Thema Weiterbildung bei uns am Institut fest verankern konnten. Die Academy ermöglicht es uns, dass wir innerhalb von Fraunhofer ziemlich sichtbar werden. Mein persönliches Highlight mit der Academy war der Pitch für den Weiterbildungszentrumsantrag, den ich in München vor dem Direktorium gehalten habe und ich war mega nervös und es hat aber alles geklappt. Mit der Academy erreichen wir, dass wir nicht nur neues Wissen erschaffen, sondern es auch in die Gesellschaft transferieren. Zusammen damit mit der Academy ist einfach immer super unkompliziert. Auch die nächsten 15 Jahre arbeiten wir mit der Academy zusammen, weil wir ein Teil der Academy geworden sind. Liebe Academy, macht weiter so, bleibt so wie ihr seid. Nöge euch nie das Helium ausgehen!